Diese Bilder vom Wochenende sorgen seit Tagen für Kontroverse. Große Kundgebung gegen das Heizungsgesetz, aufgeheizte Stimmung in Erding. Ein Mann steht seitdem im Feuer. Der stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger. Und zwar vor allem wegen dieser Aussage. Jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin sagen, ihr habt wohl den Arsch offen da oben, meine Damen und Herren. Hat er den Bogen überspannt? Seit Tagen hagelt es Kritik. Seine Regierungserklärung heute im Landtag. Kein Wort zu Erding, geschweige denn eine Entschuldigung. Die Opposition empört. Kolleginnen und Kollegen, sind solche Aussagen eines stellvertretenden Ministerpräsidenten würdig und angemessen? Ich finde, nein. Deswegen fordere ich den Herrn Ministerpräsidenten auf, Hubert Aiwanger aus seinem Amt zu entlassen. Definitiv eine der lebhaftesten Sitzungen im Landtag seit langem. Wir sprechen jetzt darüber, was dieser Streit für das politische Klima bedeutet. Im Kontrovers-Interview heute die Politikwissenschaftlerin Prof. Nicole Deitelhoff vom Forschungszentrum Gesellschaftlicher Zusammenhalt, die sich unter anderem mit Konfliktforschung einen Namen gemacht hat. Frau Deitelhoff, Sie plädieren für mehr Streit in Deutschland. Ist also der streitbare Aiwanger eigentlich ganz in Ihrem Sinne? Nein, leider nicht. Also das, was Herr Aiwanger hier als Streitkultur vielleicht verkaufen möchte, ist eigentlich nicht das, was ich mir unter gutem Streit vorstelle. Denn dazu gehört, dass man sich im Grunde genommen an der Sache hart auseinandersetzt, aber die Person also das Gegenüber intakt lässt. Und genau das macht Herr Aiwanger nicht, sondern er geht direkt auf die Person und versucht, sie zu diffamieren und abzuwerten. Und das ist alles andere als gute Streitkultur. Er selber sagt, er lasse sich den Mund nicht verbieten und man müsse auch als Politiker die Sprache des Volkes sprechen. Wie sehen Sie das? Also ich glaube, man kann die Position, die in der Bevölkerung vorhanden sind, selbstverständlich aufnehmen. Man muss dabei aber sich nicht einer solchen Sprache bemächtigen, wie er das getan hat. Das führt nur dazu, dass man den Gegner beschädigt und letzten Endes auch eine Kultur, die wir ja in der Demokratie haben, nämlich dass man am Ende von harten Auseinandersetzungen wieder zu Kompromissen kommt, also wieder zueinander findet, verhindert. Wo ist denn für Sie die Grenze des Sagbaren, wenn ein stellvertretender Ministerpräsident mit seinen Aussagen suggeriert, dass wir nicht in einer Demokratie leben? Welche Wirkung hat das? Naja, letzten Endes verlißt er damit eigentlich den Boden des demokratischen Miteinanders, weil er damit sich eines rechtspopulistischen Narrativs bedient, das wir sehr gut beispielsweise von der AfD kennen. Also diese Idee, dass man sich die Demokratie zurückholen musste, weil sie irgendjemand ja weggenommen hat, gestohlen hat. Das sind normalerweise, wenn man der AfD zuhört, die korrupten Eliten und von denen muss man sich eben die Demokratie zurückholen. Und das verlässt ganz ernsthaft den Boden des gesellschaftlichen, des demokratischen Miteinanders. Da ist für mich die Grenze definitiv überschritten. Die Grünen und die SPD in Bayern, die haben die Entlastung beziehungsweise den Rücktritt von Aiwanger gefordert. Aus Ihrer Sicht ist das konstruktiv oder destruktiv im Sinne einer Streitkultur? Das ist auch destruktiv. Also wir leben ja momentan in so einer Phase, wo Rücktrittsforderungen bei kleinsten Entgleisungen immer sofort geäußert werden. Das halte ich nicht für besonders konstruktiv. Ich hätte mir gewünscht, dass Herr Aiwanger sich entschuldigt für seine verbalen Entgleisungen und damit zeigen würde, dass er eben selber auch bemerkt hat, dass er sich außerhalb des Raums demokratischen Diskutierens begeben hat. Das hätte für mich vollkommen ausgereicht, um eben zu sagen, damit sind wir wieder im Raum demokratischen Streits und von da aus können wir weitermachen. Seinen Rücktritt zu fordern, halte ich für unverantwortlich. Aber er denkt offenbar gar nicht dran, sich zu entschuldigen. Wer profitiert denn von diesem Negativbeispiel aus Ihrer Sicht von Streitkultur? Naja, also kurzfristig mag Herr Aiwanger und seine Partei davon profitieren, aber langfristig bedient er damit im Grunde genommen den rechten Rand und stärkt eigentlich die Position der AfD. Ich bin nicht ganz sicher, ob ihm das bewusst ist oder ob er das anders kalkuliert, aber wir haben so viele Studien dazu, die das immer wieder zeigen. Wer versucht, sich an die Rechten anzunähern, stärkt im Grunde genommen deren Lage und nicht die eigene Position auf mittlere Sicht. Was erwarten Sie an Sprache und Stil von Spitzenpolitikern? Ich erwarte, dass Sie sich höflich auszudrücken in der Lage sind. Auch im harten Streit kann es natürlich mal dazu kommen. Ich sage mal, dass einem etwas herausrutscht, aber das kann man dann eben auch zurücknehmen. Aber im Prinzip geht es mir darum, dass wir an der Sache miteinander streiten, auch hart miteinander streiten, aber wir sollten danach noch in der Lage sein, uns die Hand zu schütteln und miteinander was trinken zu gehen, um es mal so zu sagen. Das ist der Stil, den wir in der politischen Kommunikation aufrechterhalten müssen, wenn wir an einem demokratischen Gemeinwesen interessiert sind. Ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank für dieses Gespräch an Prof. Nicole Deitelhoff. Ich danke Ihnen. Und dieses Interview haben wir aus Zeitgründen aufgezeichnet.